Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 2, nicht nein, sondern Bulletstorm. Far Cry, wie komm ich auf Far Cry? Egal. Ja, Monizieren haben wir eigentlich genug, aber ich werfe mal einen Blick drauf, weil... Okay, ja, gut. Die lese ich mir jetzt nicht alle durch, ich mach's einfach irgendwie. Da kaufe ich noch eine neue Ladung und ein neues Magazin. Da sind die Ladungen noch nicht verfügbar, dann können wir weiter. Dieser Garten, das Zentrum des Atriums. Der Navi, der in dem Ishi verschwunden ist. Guck mal, ein Blümchen. Welche Liga-Scheiße. Ishi-Signal ist direkt darunter. Hat ihn vielleicht ausgeschissen. Hör auf, mich aufmontern zu wollen und schieß. Weil ich weiß, war es auf die Dinger. Wurzel, achte auf den Boden. Mach alles platt, was sich bewegt. Es hat mich vermischt, du. Wurzel, pass auf deine Füße auf! Wurzel, pass auf deine Füße auf! Und weiter. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Aber im Moment läuft sie da schon ganz gut. Diese Wurzeln sind einfach überall. Man weiß nie, wo sie auftauchen. Seitwart aber bestimmt noch nicht. Der miese Bastard stößt irgendwelche Pollen aus. Verdammt, ich seh nichts. Ziel in seine Richtung und schieß. Komm schon. Oh, lass mich in Ruhe. Oh Mann. Oh, die Dinger machen ja richtig Schaden. Ähm. Wie geht die Schaden? Macht das Ding? Ja, ist klar. Meine Güte, macht die Ladung Schaden. Bam. Das ist ein fettes Mist, wie. Komm schon. Komm schon, Dicker. Komm schon. Komm schon. Komm schon, ich tu dir weh. So schlimm. Was ist los? Oh, ich dachte, ich wäre mies gelaunt aufgewacht. Bleib in Bewegung. Du willst bestimmt nicht im Maul von diesem Ding landen. Das kannst du mir glauben. Ich war gerade drin und Fisch ist nicht cool da. Ja, komm. Bist du hässlich, ey. Okay, der Bastard versucht sich zu regenerieren. Kommt das Ding mit allem voll, was du hast. Jag die Tentakel zur Hölle. Hast du Tentakel gesagt? Fuck, das ist echt widerlich. Oh, da ist ja noch eine. Ach, verdammt. Nun mal. Hör auf. Danke. Ah, lass mich los. Lad nach, lad nach. Hey, pass auf. Sporen. Baller sie ab. Lass diese Scheißdinger nicht in deine Nähe. Die nächste Runde steht an. Noch einer, oder? Nee, ich aber nicht. Ohne Scheiße, jetzt habe ich langsam keine Lust gehabt. Schießt nur auf den Hals. Schießt nur auf den Hals. Schießt nur auf den Hals. Schießt ihm in den Kopf. In den Kopf. Was denn jetzt? Pass erledigt. Jetzt gib ihm den Rest. Mal nachladen. Boah, in einer... In einer Bedingung zu schießen ist echt schwer. Aber... Bäm. Du fettes Vieh. Na los, Schwester. Folgen wir ihm. Dein Ernst, Dicker. Na, geil. Alles klar. Das war unser erster Bossfight. Und... Ich hatte ihn gar nicht so lange in Erinnerung. Naja, okay. Weiter. Boah. Boah. Oh. Was für ein Gestalt! Ichi ist in Pflanzenkacke gelandet. Ohoho. Aber nicht die Ohren vergessen, kleiner Waschbär. Willst du mal in diesen Haufen? Nur weiter so. Ich schätze eine Drohung. Ist fast so gut wie ein Dankeschön. Naja. Kanäle. Und wir sind fast... Ja. Oh, verdammt. Das nenne ich tief. Das eingestürzte Gebäude. Das ist unser Weg darüber. Nein. Ich dachte, sie will spielen. Wirklich? Ist ja mal ganz was Neues. Oh ja, das ist die Antwort eines echten Kerls. Ich will dich einfach nur beeindrucken. Das ist alles. Beeindrucke mich, indem du dranbleibst. Ja, kommt, Schwester. Ich will dich nicht. Ray. Wegen dem, was da passiert ist. Ich weiß, du kämpfst gegen die AI. Und ich weiß, du gibst dein bestes Kumpel. Ach, guck mal. Noch eine Versorgungskapsel. Toll. Kann ich gerade brauchen. Weil ich bin ja etwas knapp. So. Und Ladung freigeschaltet. Perfekt. Wow. Jetzt haben wir aber echt was ausgegeben. Was kann die Ladung denn? Läge muss das, um zu schießen. Ach, während man schießt, festhalten, um das Explosivgeschoss abprallen zu lassen. Ne, das kenne ich doch schon. Oh, okay. Okay, das ist cool. Ich kann das Ding abfeuern? Leer uns mal auf. Ich nehme an, ihr erinnert euch an General Serrano. Oh, ja. Serrano sollte hier unten sauber machen. Er hat befohlen, die Mutanten und die Gangs auszulöschen und die Stadt intakt zu lassen. Er beschloss bei diesem Auftrag, ein paar Final Echo Kandidaten zu testen. Ich hab hier vor einem Jahr eine Einheit angeführt. Und dein Squad hat echt einen erstklassigen Spitzenjob abgeliefert. Hier ist alles blitzblank. Mission erfüllt. Wir hatten die Situation unterschätzt. Nur wenige von uns schafften es zurück. Operation Anarchy war ein kompletter Fehlschlag. Die Skillshot-Anzeigen im Display der Peitsche sind also irgendeine Kampfanalyse-Scheiße? Zuteilungspunkte, die bestimmten, ob man sich an einer Versorgungskapsel Nachschub holen konnte. Herausragende Soldaten bekamen Nachschub. Die anderen nicht. Darwin wäre stolz auf euch gewesen. Tja, jetzt doch mal was anderes. Da, noch mehr Skals. Super. Ja, und sie sind voll motiviert. Sie versuchen unseren Hauptpreis in die Finger zu kriegen. Das ist er. Was ist was? Das ist der einzige Weg nach unten. Wenn du das sagst. Ich hoffe, uns erwartet da unten irgendetwas Weiches. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter. Alles klar, Ishii. Lass dir Zeit. Läuft bei dir. Bereit für eine Party der Qualen? Noch mehr von diesen Clowns. Bibi ist mal weg. Mir gefällt grad die Musik. Aber... Braten. Bäm, Junge. Bibi ist aber gut. Wir müssen ihn aushalten. Au. Bei Gott. Der Junge. Du hast aber ganz schlecht gefrüchtet, oder? Weg mit dir. Pickelhafter. Das nehm ich, vielen Dank. Ich nehm das mal. Das nenn ich Leben. Noch jemand? Ich erhebe das Töten zur Kunst. Geil. Naja, gut. Dann gehen wir nochmal einen Stock weg. Tiefer. Alter. Mittelschwerer Herbst, fragt man. Hört ihr dieses Ächzen? Na schön. Das Teil hier will unbedingt einstürzen. Was für ein unfreundliches Haus. Versucht uns bald. Ist ne Idee. Au. Ach komm. So ein kleiner Stromschlag belebt doch. Oh, das ist tief. Hm. Mehr Skals, die sterben wollen. Und ich will sie töten. Passt doch perfekt. Und dabei. Ich bin hochzufrieden. Man kommt wirklich gut durch. Ich mein, ich will jetzt auch nicht so die überkrasse Ballereiherausforderung haben. So ein bisschen... So ein bisschen rumfüten reicht nur, als wir das haben. Genau gelandet. Hallo, Dicker. Nur verarschend. Boah, bist du hässlich, Mann. Was stößt du da neben mir, Mann? Geh weg. Oh, und der nächste da rein. Oh. Aber ich find's auch richtig geil. Die einfach nur... ...wegtreten. Toxische Liebe. Ach, wenn man sich selber vergiftet hat, dann ist der cool. Ich find mit... Urteil, 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 Urteil! Du bist jetzt auch starb, ja? Oh, und Schiff. Hm. Nein, ich verarsch dich nur. Es hat dann irgendwie nicht so geklappt, wie ich wollte. Achso, der ist schon tot, okay. Aber auf Blut kann man sehr gut rutschen, finde ich, finde. Aua. Oh Mann. Ach, hier geht's gar nicht lang, scheiße. Okay, 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 hier lang. Ja, kommt, kommt, trau dich. Trau dich, Ishii. Äh, Trishka, Schatz, kommst du nicht mit? Hä, ist so doof, kommst du jetzt da mal mit, oder? Mach doch nicht was mit dem Ruhe und bleibt das von mir aus. Ja. Irgendwann seid ihr nicht mitgekommen. Nicht von euch. Scheiße, mach ich jetzt. Äh, okay, zurückkomm ich auch nicht. Hallo? Äh, das ist grad irgendwie doof. Hä, ich komm nicht mal... Egal. Ich kann mich niemals selber umbringen. Was ist denn das für ein Mist? Moment mal eben. So. Jetzt gib mir mal eben den letzten Checkpoint. Es sollte einfacher gehen. Oh, klasse. Jetzt steh ich hier wieder rum, oder wat? Kann ich irgendwo die Patsche hernehmen? Ey, was soll das denn? Eigentlich müsste ich... Oh. Ja. Die Stützen des Gebäudes geben nach. Wir werden es nicht schaffen. Ach, alter Pessimist. Immer schön beim Duschen die Pfönen ausmachen. Und auch beim Baden. Nicht gut. Ja. Das Ding schafft eins! Danke, dämlicher Klugscheißer! Ah, guck mal da oben. Und weiter. Weiter, weiter. Ach komm, weißt du was? Der Skulls hat mir grad mal egal. Oh, was war das denn? Ich bin mal wieder gestorben und hab keine Ahnung warum. Egal, ich mach das Kapitel. Okay, das ist noch zu Ende. Ja, das überziehe ich den Pater ein bisschen. Okay. Nochmal. Haben wir es dann. Starbe ich jetzt wieder sofort? Und... Oh, 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 oh. Jetzt ist mein Herz! Ich werde so schwer werden. Was ist dieser Scheiß denn sein? Was war so hüllen denn? Ey, Alter, das Ding stirbt ein und der hat wirklich nichts anderes zu tun, als mir auf die Eier zu gehen. Mann. Mist, wir sind zu langsam. Schieß auf die Tanks, der Kompressionsdruck wird ein. Schieß auf die Tanks, mehr musst du nicht sagen. Juhu. Die Erfindung der Rakete mal neu. Also die Neuerfindung der Rakete. Gebaut, einen Crash zu überstehen. Ja, klar. Für einen Crash, super. Alles klar, Leute. Mit diesem Bildschirm und diesem schönen Bild für den fünften Akt, Kapitel 1, lasse ich euch jetzt einfach mal auf der Strecke. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, dieser Part, der etwas Action-Reichhaber, hat euch gefallen. Ja, macht's gut. Ciao. Und ich brauche wirklich dringend mal ein anderes Ending. Ciao wird langweilig. Und zwar richtig langweilig. Naja, ciao.